Central Parks, die Location der aktuellen Top-Lounge. Gastgeber Michael Ruiz lädt ein, aber diesmal nicht in ein Hotel, ein Restaurant oder einen Szene-Club. Herzlich willkommen bei der Top-Lounge, diesmal aus einem Hochhaus-Klassiker der Stadt. Dem ehemaligen Sitz der BHF-Bank mitten im Frankfurter Westend. Sozusagen der Keimzelle der späteren Frankfurter Skyline. Es ist ein ganz großer Klassiker, nicht? Es ist ein Mix aus urban und klassisch und ich glaube, das repräsentiert die Stadt auch ganz gut. Das ist eine Ikone, dieses Gebäude, in seiner Schlichtheit. Das Gebäude war früher mein ganzer Stolz gewesen. Man hat oben aus Bornheim, aus der fünften Etage, auf Frankfurt geschaut und dachte, dass das erste große Gebäude hier war. Jetzt hat man schon einen Teil von Manhattan. Aber das ist natürlich auch etwas Central Parks. Da muss man einfach sagen, das ist Frankfurt. Und da muss man erstmal in Deutschland die Runde machen, um solche Investments zu finden. Und solch eine reizvolle Party-Location. Die geladenen Gäste bewegen sich in der Lobby des denkmalgeschützten Gebäudes aus den 60er-Jahren, das nun durch neue Investoren aus dem Dornröschenschlaf erweckt werden wird. Also ich bin total begeistert. Ja, weil ich wusste gar nicht, dass es auch so bestehen bleiben muss, weil es ja alles denkmalgeschütz ist. Ja, es muss so bleiben. Und das ist dann immer eine Zeitreise, dann offenbar, wenn man hier reinkommt. Was ich liebe, ist wandvertäfelte Wände, also holzvertäfelte Wände, finde ich großartig. Und ich finde es gemütlich. Ich finde es für ein Hochhaus gemütlich. Ich habe gehört, es wird renoviert. Wir haben eine riesige Investition und das ist super für Frankfurt. Im Prinzip bauen wir es aufs Gerippe runter und bauen es dann neu zeitlich auf. Nach Nachhaltigkeitsaspekten und, und, und. Tolle Location, anders als die anderen beiden, aber passt auch vielleicht mal ins Konzept. Finde ich gut. Und es ist natürlich auch ganz andere Atmosphäre in so einem historischen Gebäude, mit, das hier an den Ballsaal erinnert, ganz andere Qualität. Das Central Park spricht auch weiterhin die klare Formensprache der 60er Jahre. Ein mehr als idealer Rahmen für die Lounges des Frankfurter Top-Magazins. Erklärtes Ziel des Gastgebers ist es ja, den Entscheidern und Kulturschaffenden der Region einen möglichst ungezwungenen Rahmen zu bieten. Und? Wie ist es? Läuft. Ja. Läuft, oder? Ja, ja. Ganz viel Frankfurt, ganz viel Business, ganz viel Wirtschaftskraft und viele gut aussehende Menschen. Diese Mischung von diesen Leuten, so wie mir, und diesen Wirtschaftsleuten und den Leuten, die auch gut angezogen sind, Wahnsinn. Es ist wahnsinnig schöne, tolle Atmosphäre, tolles Publikum, eigentlich wie immer. So viele tolle, unterschiedliche Menschen. Wir sind gerade schon am Netzwerken und ich freue mich auf den gesamten Abend. Das Top-Magazin mit Michael Ruiz und die ABG Real Estate Group mit Ulrich Höller, eine mehr als glückliche Paarung für diesen Abend. Top-Lounge weiß man Bescheid, man geht hin, es ist locker, man trifft Leute verschiedenster Branchen auch und das Essen und Trinken ist natürlich auch immer exquisit. Mit Flying Dinners verwöhnt werden die Frankfurter vom Spitzengastronom Günter Gollner vom Goldstein in Wiesbaden. Und die Weine kredenzt der Bar Dürkheimer Winzer Thomas Hänsel. Für mich ist das heute Abend Big City Live sozusagen und heutzutage als Winzer kommt man ja schon ein bisschen rum, aber es ist immer wieder schön. Sie kommen seit 20 Jahren in die Top-Lounge? Jawohl. Haben Sie schon als Kind? Genau, als ganz kleinen Kind angefangen. Und wie ist das hier so bei der Top-Lounge mit den Kerlen? Ah, mit den Kerlen? Oh, es tut mir leid, mit den Kerlen hatte ich noch gar nicht so viel zu tun. Ich hatte nur mit ganz wunderbaren Frauen zu tun. Fantastisch. Der Point-of-Sale der Top-Lounge ist das Feiern ohne Primorium. Und nach etlichen Jahren kennt man sich eben auch. Was empfinden Sie, wenn Sie zur Top-Lounge gehen? Freude, weil ich Freunde sehe, Bekannte sehe und an einem Abend so viele Dinge eigentlich erledigen kann im Rahmen des Netzwerks, wofür ich sonst ein halbes Jahr brauche. Es ist keine digitale, sondern eine analoge Veranstaltung. Man trifft Menschen und das mag ich gern. Die Netzwerkmöglichkeiten, das Niveau, das Ambiente ist einzigartig. Und deswegen bin ich sehr, sehr gerne hier. Man ist ja immer so die Standardveranstaltung, wo nur die Immobilienleute, nur die Wirtschaftsleute, nur die Banker, nur der Club. Und das hier ist so eine herrliche, auf den ersten Blick irritierende, dann aber faszinierende Melange. Aber eben auch eine Melange, die bei allem Spaß, ihr Attribut Top, nie aus den Augen verliert. Mega, mega, mega. Ich liebe diesen Event. Eine wunderschöne Party im ehemaligen BAF-Hochhaus hier in Frankfurt, das jetzt Central Parks heißt. Und ich hoffe wirklich, dass Sie nächstes Mal mit dabei sein können. Meine Damen, meine Herren, einen schönen Abend. Herzlichen Dank.